Musik Mein Name ist Franz Xaver Zellner. Ich bin Leiter der Saat-Nunien-Versuchstation Bayern im Grün-Zeibolz-Dorf bei Moosburg. Wenn ich die Gelegenheit habe, in der Natur unterwegs zu sein, gehe ich gerne mit meiner Frau in die Berge oder wir fahren mit dem Fahrrad. Ich stehe gern früh auf und nutze diese Zeit, um den Kopf freizumachen und den Tag mit frischer Energie zu beginnen. Für Kontroll- und Dokumentationszwecke sind die stets aktuellen Wetterdaten und die bodenfeuchte Werte unser tägliches Werkzeug zur Entscheidungsfindung. Die Datenströme auf unserer Versuchstation sind sehr stark vernetzt. Controlling ist ein wichtiges Element unserer täglichen Arbeit. Unsere Station ist ein landwirtschaftlicher Versuchsbetrieb und wir sind Teil der Saaten-Union. Wir drillen und ernten auf unseren 300 Hektar versuchsfähigem Land etwa 25 verschiedene Kulturarten. Die Mehrzahl unserer 50.000 Versuchsparzellen wird für die Sortenentwicklung der Gesellschafter angelegt. Über verschiedene Projekte arbeiten wir eng mit der Wissenschaft zusammen. Die neuesten Erkenntnisse daraus setzen wir unmittelbar in die praktische Arbeit der Pflanzenzüchtung und im Sortenprüfwesen um. Mit dieser Vorgehensweise leisten wir in Moosburg unseren Beitrag für höchste Effizienz beim Zuchtfortschritt. Wir leisten das mit einem Team sehr gut ausgebildeter und hochmotivierter Kollegen. Ich bin Xaver Zellner und wir sind die Saaten-Union. Ich bin Xaver Zellner und ich bin Xaver Zellner und ich bin Xaver Zellner und ich bin Xaver Zellner. Ich bin Xaver Zellner und ich bin Xaver Zellner und ich bin Xaver Zellner. Vielen Dank.